Ahoi, liebe Kombüsenfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtkämpfer. Es ist wieder soweit, wir wollen wieder in Baggies Kombüsenstudio gehen. Das heißt, der da hat wieder was zu tun. Und ich werde im Nachgang es probieren und wahrscheinlich umkippen, kritisieren und mal schauen, was da kommt. Ganz Christian-Rach-like, mal schauen, wie viele Punkte du dafür kriegst am Schluss. Auweia, jetzt werde ich auch noch mal Punkte gemessen. Genau. Als erstes wollen wir euch natürlich die Zutaten zeigen etc. und ich denke mal, das machen wir jetzt als erstes. Was soll man sagen? Es wird ein einfacher Kuchen. Es wird ja ein Apfelkuchen. Wir machen einen ganz einfachen Teich. Wir brauchen Mehl, wir brauchen Zucker, wir brauchen Margarine, Butter, wie auch immer. Eier, vier Stück. Äpfel, logischerweise. Wir nehmen zwei, weil wir ein bisschen mehr Apfel drin haben. Und ein bisschen Backpulver. Und das war es auch schon. Ja, ansonsten natürlich zum Kochen, Backen, in dem Fall Backen, brauchen wir natürlich einen Messbecher, eine Rührschüssel und auch einen Rührer. Man kann das auch per Hand machen, logischerweise. Aber dann hat man natürlich ein bisschen mehr Arbeit davon. Und natürlich unseren Omnia, damit wir das auch backen können. Das ist ja auch sehr wichtig. Wir fangen jetzt erstmal an, den Teich zusammen zu mischen. Also alles geht in die Schüssel. Und ja, dann abgemessen natürlich logischerweise. Und dann geht das los, das zu verrühren in der ersten Runde. Bis zum nächsten Mal. Wie ihr gerade gesehen habt, haben wir jetzt die Eier, den Zucker und die Butter zusammengesetzt. Jetzt wird die Masse erstmal einmal verrührt, weil das ist immer ganz gut, wenn die erstmal einmal durchgequirlt ist. Und zwar schön cremig, aber das dauert natürlich ein bisschen. Da muss man natürlich ein bisschen Geduld haben. Die Butter, die muss man halt auch manchmal ein bisschen zerstoßen. Und ja, vier Eier sind drin. 200 Gramm Zucker und 150 Gramm Margarine ist da drin. Und ja, das verrühren wir jetzt erstmal. Das dauert einen kleinen Moment. So, jetzt haben wir 250 Gramm Mehl, die dazukommen. Ein Stückchen müssen wir noch. Und dann noch ein bisschen Backpulver. Da haben wir so, ja, anderthalb Esslöffel ungefähr. Aber erstmal das Mehl. Glattgerührt war er ja. Und man macht das immer ein bisschen Pi mal Daumen. Das ist gleich so ein bisschen verteilt. So, ein Stückchen können wir noch. Gut, bis. Dann landet das natürlich auch manchmal drin, klar. Aber alles gut. So, und jetzt wieder verrühren, aber aufpassen. Beim Rühren wird das natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, Mehlwolke ergeben. Also das heißt erstmal vielleicht ein bisschen vorher ein bisschen reindrücken und so weiter. Das hilft dann ganz gut, dass das nicht gleich so extrem mehlig wird. Natürlich könnt ihr auch einen elektrischen Mixer nutzen. Wir haben halt den Handmixer, der ist halt ein bisschen besser zu verstauen hier im Auto. Die Masse ist jetzt schön cremig geworden. So sollte sie natürlich dann auch aussehen. Das geht relativ flott. Lasst es ruhig noch ein bisschen mehr durchquirlen, dass es nicht, ich sag mal, dass sich das so wirklich richtig schön vermischt hat. Und ja, jetzt klopfe ich das sozusagen erstmal ab. Dann werde ich gleich die Äpfel noch machen. Das seht ihr auch gleich. Und dann kommt das Ganze in den Omnia rein. Bis zum nächsten Mal. Wir nutzen für die Äpfel hier einen süß-säuerlichen Apfel, das ist der Briebörn hier in dem Fall. Je nachdem, was man halt so gerne mag und was man so gerne gut findet. Das ist halt so ein intensiver Geschmack hat dieser Apfel. Von daher nutze ich den gerne. Wenn man den nicht kriegt, geht natürlich auch jeder andere Apfel auch. Je nachdem auch, was man denn möchte. Also wenn man es süßlich haben will, dann muss man halt ein süßsäueres nehmen. Dann findet man auch im Internet einige Informationen, welcher Apfel für was ganz gut ist. Aber wie gesagt, gelingt tut es mit jedem Apfel. Wir nutzen natürlich, wie ihr in unserem ersten Video gesehen habt, die Kuchenform, also die Silikonform für die Süßspeise, also den Kuchen in dem Fall. Jetzt machen wir dort unten schon mal eine kleine Schicht von dem Teich rein. Das teilen wir so ein bisschen auf in drei Schichten. Wir machen jetzt die erste Schicht hier unten rein. Dann wird das einmal verstrichen. Dann kommen die erste Fuhre Äpfel rauf, also sprich eigentlich ein Apfel. Und dann kommt das Ganze nochmal eine Schicht. Und dann machen wir noch einen Apfel drauf. Ja, und zum Schluss die Oberschicht. Wir können das auch so machen, dass wir auf der Oberschicht dann einen Apfel haben. Das kann man so ein bisschen gestalten. Ja, ich glaube, wir machen oben drauf einen Apfel. Das ist ganz gut. Also ein bisschen mehr noch. Bis zum nächsten Mal. So, ich mache das jetzt so, dass wir das ein bisschen gleichmäßig natürlich oberhalb verteilen. Und dann versuche ich das so ein bisschen in den Teich reinzustecken. Haftet das so ein bisschen da schön drin. Und ja, der Apfel hat ja eine gewisse Feuchtigkeit. Der gibt also diese Feuchtigkeit dann auch in den Teich mit rein. Wenn es dann backt, gibt dann so ein leckeres, süßliches, apfelliges Aroma. Und ja, zwei Schichten waren das jetzt. Also im Prinzip einmal Teig. Dann haben wir die Äpfel einmal, den ersten Apfel. Nochmal den restlichen Teig. Und ganz oben drauf noch Schicht Äpfel. Und jetzt geht das zum Backen. So, jetzt kommt das Ganze hier, der Deckel drauf. Und wir haben auch einen Thermostat mit besorgt. Das ist für mich ganz gut, weil dann weiß ich ungefähr, welche Temperatur dort ist. Wir packen den jetzt erstmal auf den Herd. Also mittig ausrichten. Das wäre natürlich ganz gut, damit der schön gleichmäßig auch die Hitze bekommt. Kann man von oben dann sehen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Genau. So, jetzt geht der erstmal so fünf Minuten auf Volldampf ungefähr. So, das war, ich sag mal so 100, 125 Grad erreichen. Das ist dann hier der obere Kreis. Das ist dann Grad Celsius. Das heißt zwischen 100 und 150 Grad. Und wenn das dann geschehen ist, dann werden wir den noch weitere 35 Minuten so bei circa 100, 125, also gerne so ein bisschen dazwischen, Grad laufen lassen. Wenn man das jetzt nicht sofort hinkriegt, ist das nicht so schlimm. Also er verbrennt jetzt nicht sofort. Aber das hat sich gut bewährt und so habt ihr einen schönen, hellen Kuchen dann auch. Ja, das versuchen wir jetzt. Manchmal gelingt es auch vielleicht mal nicht, wenn man dann zu viel Hitze genommen hat. Aber das muss man so mal ein bisschen austarieren. Das lernt man mit der, wenn man es öfter macht. Oder mit der Übung. Übung macht den Meister. So sagt man so schön. Nach wahren 50 Minuten, also nicht 40 Minuten, weil der Apfel ja ein bisschen Wasser abgibt und so weiter, braucht der Kuchen auch so ein bisschen länger. Ja, also nach 50 Minuten haben wir jetzt gemerkt, ja, das sieht schon ganz gut aus. Werden wir den auch nochmal anstechen mit der Gabel sozusagen, um zu gucken, ob der Teich dann dran bleibt. Genau, ich drehe den jetzt erstmal ab. So sieht er aus. Von oben ist er natürlich nicht braun, von der Seite wird er braun. Und dann werden wir da mal einmal reingehen und werden wir hier nichts mehr dran haben. Ich habe ein bisschen Zitter in der Hände leider. Aber ist nichts mehr weiter dran. Können wir auch nochmal woanders einstechen. Und auch hier sieht es gut aus. Es ist nichts weiter dran. Bleibt also kein Teig dran haften. Dann ist er auch durch. Jetzt kann er noch ein Momentchen ruhen, bis er aus der Form rauskommt. Beziehungsweise können wir den auch drin lassen. Wir werden uns jetzt hier wahrscheinlich nochmal ein bisschen bewegen. Und dann gibt es heute Nachmittag lecker Apfelkuchen. Es wird Zeit, den Kuchen aus der Form zu nehmen. Der war ja jetzt schön, ist ja jetzt schön abgekühlt. Uff, so, da ist er, das gute Stück. Und jetzt müssen wir das nur noch da rausnehmen. Aber man sieht ja schon, oh, der sieht glaube ich gut aus. Jetzt muss ich nur noch heile rauskriegen. Aber das glaube ich, kriegen wir irgendwie gleich hin. Zack. So. Schön saftig geworden. Das sieht man jetzt schon. Das gehört dann zum Abwasch. Aber wenn wir nachher noch ein leckeres bisschen Sahne. Schlag Sahne oben drauf. Ich glaube, das wird gut werden. Mal gucken. Mal sehen, wie es den Jungs hier schmeckt. Kaffee läuft noch durch. Sahne ist steif. Und dann haben wir den Kuchen, den müssen wir noch ansneiden. Ich glaube, das soll ich jetzt tun, glaube ich. Können wir ja schon mal schauen, wie denn das so aussieht. Ein paar Stücke hier fertig. So. Reingucken wollen wir auch. Ja, dann müssen wir schon mal auf irgendeinen Teller draufpacken. Siehst du, einen Teller habe ich noch gar nicht. Teller. Huch. Ja. Sieht, glaube ich, ganz gut aus, würde ich sagen. Mittig drin. Auch schöne Apfelstücke. Ich bin gespannt. Jetzt lecker mit Sahne. Wir probieren mal. Mal sehen, was die Jury hier sagt. Jetzt wird es Zeit, diesen Kuchen hier zu probieren. Und er hat ja gesagt, Jury. Das heißt, heute bin ich nicht alleine, der diesen Kuchen testet. Nein, wir haben noch eine zweite Fachjury dabei. Und dementsprechend ist unser Thorsten mit dabei. Kamerakind. Und ich denke mal, wir probieren jetzt einfach mal, ob das was ist, was Stefan da fabriziert hat. Wir probieren es ohne Sahne als erstes natürlich. Was richtig gemein ist, wir dürfen die Kuchen essen und Stefan muss die Gamma halten. Aber wenn was schief geht, dann bin ich wenigstens nicht der, der daneben liegt. Also, total fluffig. Das war auch gerade das Wort, das ich verwenden wollte. Fluffig. Noch ein bisschen mehr Boden. Ich glaube, Zeit für eine Bewertung. Wir sind jetzt extra modern geworden. Um eine Bewertung, was ist denn das für ein Blöderstift? Den würde ich nicht haben. Da will man einmal wie ein Profi arbeiten und was ist, funktioniert natürlich gar nicht. So, wie viele Punkte gibt es denn von Thorsten? Ich gebe eine solide 9. Naja, weil ich will ja, also ich weiß nicht, ob dir jetzt bewusst ist, was du da fabrizierst. Ich will noch nach Hause. Weil ich gebe wenigstens eine 10, um nach Hause zu kommen. Also, ob Thorsten mit nach Hause kommt, das habt ihr im Reisevlog Göttingen gesehen. Der Kuchen ist richtig lecker. Schlagsahne, wie gesagt, machen wir jetzt nicht extra hier mit dem Video mit rein. Und gleich gibt es nochmal ein kurzes Endfazit, was ihr alles nochmal benötigt braucht für so einen Kuchen. Und jetzt lassen wir uns schmecken und Stefan darf jetzt auch endlich was essen. Wir haben jetzt den Kuchen gut genossen, den Stefan hier gemacht hat, den er wieder versteckt hat. Er wollte ihn euch nicht mehr zeigen. So sieht er aus, wenn er da ist. Wir sagen natürlich Danke an Thorsten für die Jurybewertung. Ja, vielen Dank. Ob er wirklich dann nach Hause kommt, das wird Stefan dann entscheiden, weil es waren nur eine 9. Na ja, okay. Eine 9 ist ausreichend. Eine 9 ist schon mal, ist ja knapp eine 10. Besser als eine 1. Was ist das Besondere an diesem Kuchen? Das ist erstmal ein ganz normaler Standardkuchen. Sehr einfach zu machen, das habt ihr jetzt gesehen. Und ihr müsst jetzt nicht nur Äpfel reinmachen, je nach Saison. Genau, ihr könnt auch Rhabarber oder Kirschen oder was auch immer. Pflaumen. Ja, da ist auf jeden Fall eine ganze Menge offen mit. Und was man mit dem Teig auch machen kann, das zeigen wir euch auch nochmal in einem weiteren Video. Nämlich einen ganz normalen... Nein, das haben wir doch schon gezeigt. Der hat wieder keinen Plan. Nämlich einen Topfkuchen, das wollte ich sagen. Einfach schnell lecker. Und das war jetzt der Apfelkuchen, den wir halt auch mit dem Standard-Teig gemacht haben. Den ihr ja auf unserer Homepage www.kreuzfahrtcamper.de beziehungsweise Buggy... Ich muss es einblenden. Noch kenne ich die nicht auswendig, aber buggystudio.de Es ist auf jeden Fall eingeblendet. Am Ende dieser Staffel weiß ich, wie die Adresse ist. Was haben wir im Endeffekt gebraucht? Bis auf die Zutaten, wie gesagt, der Omnia. Wie gesagt, das ist jetzt fast Werbeveranstaltung. Der Link zu diesem Teil findet ihr bei uns in der Videobeschreibung. Ist ein Fnilate-Link. Das heißt, wenn ihr darüber diesen Omnia kauft, da kriegen wir ein bisschen Provision. Und richtig cool natürlich der Nasenbohrer hier. Ja, ja. Auch den könnt ihr in unserem Amazon-Link sozusagen beziehen. Genau. Den gibt es auch bei Amazon. Also falls ihr Fragen habt, wo kommen die Teile ja? Dann soll es das jetzt gewesen sein. Mit einer weiteren Folge aus Buggy's Kombüsenstudio. Unser Smoothie hat lecker Kuchen gemacht. Und tja, was als nächstes kommt, lassen wir uns einfach überraschen. Einiges ist noch im Verladung. Ich hätte beinahe gesagt im Köcher. Nee, im Omnia halt. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewohnt. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.